Und wenn du zur Polizei gehst oder ins Krankenhaus, dann gibt's ne Anzeige. Und alle wissen's. Er lud mich zum Essen ein. Ich dachte mir nichts dabei. Es kam so überraschend. Er fragte mich, ob ich auf ältere Männer stehe. Die Situation wurde unangenehm. Ich wollte das Zimmer verlassen und bewegte mich Richtung Tür. Normalerweise macht man dann Platz, aber er blieb einfach im Türrahmen stehen. Ein Zögern und dieser Blick. Dann kam er auf mich zu und packte mich. Da war ich wie erstarrt. Davor war ich mir so sicher. Mir kann nichts passieren. Ich kann Nein sagen und gehen. Jetzt habe ich Angst, etwas zu sagen. Fühle mich so hilflos und schäme mich. Und wenn du es jemandem erzählst, weiß es jeder. Stimmt nicht. Du kannst im Krankenhaus die Spuren anonym sichern lassen. Und hast zehn Jahre lang Zeit, zu entscheiden, ob und wann du den Täter anzeigen möchtest. Ich bin nicht berühmert. Ich bin nicht die Anzimäßig. Ich bin nicht die Anzeigen. Ich bin nicht die Anzeigen. Ich bin nicht die Anzeigen. Vielen Dank.